Hallo zusammen! Ein Monster-Grang bittet zum Tanz Rätsel Nummer 37, das Weihnachtsrätsel. Da haben wir euch eine richtig harte Nuss unter den Baum gelegt. Das Rätsel kommt erneut von Thomas Kinnback und ich habe jetzt wirklich schon ganz viele Rückfragen. Die Verzweiflung ist teilweise groß, aber macht euch nicht so viel Gedanken. Es ist inzwischen auch statistisch bewiesen, dass dieses mit Abstand das kniffligste Rätsel ist, was wir euch bisher vorgesetzt haben. Teilweise nur eine korrekte Lösung auf 100 Versuche, also das hat wirklich schon Pfeffer. Ich habe auch Fragen bekommen, ja, kann man da auch mit verdeckten Karten irgendwie was rausziehen? Sollte man das erkennen? Sollte man das dann anders spielen? Ich denke eher nicht, deswegen habe ich sie auch direkt mit offenen Karten hingelegt. Das ist jetzt mehr so eine Knobelei, ein Rätsel wirklich, was mit verdeckten Karten so nicht zu lösen ist, wo einem eben die Verteilungsinformationen fehlen. Sicher ist es in aller Regel schon schlau. Ich kann das hier gleich mal zeigen. Vorhand hat diese Karte. 14 Augen werden gedrückt. Es kam aus Hinterhand noch eine 18er Reizung, die einem vielleicht ein kleines Zeichen gibt, dass die Karte nicht ganz so gut stehen könnte. Trotzdem ist es sicher mit verdeckten Karten völlig korrekt, hier 14 Augen zu drücken und den Buben zum Gang auszuspielen. Das Spiel ist ja überhaupt nur verlierbar, wenn die Buben zusammensitzen und der Herzkönig zu dritt. Und auch dann ist gar nicht auf den ersten Blick ersichtlich, dass das Spiel jetzt eben nicht mehr zu gewinnen ist, wenn der Kreuzbube eröffnet wird. Das ist aber hier schon mal die erste Nachricht und das werdet ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr es im Rätselforum ausprobiert habt, festgestellt haben. Wenn ihr den Kreuzbuben zieht, dann habt ihr euch einen Tick weit von den Füßen gespielt. Dann habt ihr am Ende etwas weniger Kontrolle und logischerweise das Zünglein an der Waage ist hier am Ende ein Bild. Es geht hier nicht um die Vollen, die sind sowieso irgendwo schon verteilt, sondern es geht nachher um das eine letzte entscheidende Bild, was es irgendwie zu kontrollieren gibt. Und diese Kontrolle gibt ihr eben mit dem Kreuzbuben schon auf, interessanterweise. Das ist aber, wie schon gesagt, mit verdeckten Karten nicht zu erahnen. Also mit verdeckten Karten wird der Gang sicher genauso vorgetragen. Wer das irgendwie anders macht, der sollte sich nochmal mit Skat beschäftigen. Jetzt haben wir aber hier eben die offenen Karten und wir sehen schon, oh wow wow, alles steht dagegen. Herzkönig steht zu dritt, Pikkönig steht zu dritt, Buben sind zusammen. Und ja, auch die Vollen stehen nicht so günstig. Es gibt hier eine Geschichte, die tatsächlich nachher für uns den Ausschlag gibt. Auch das wieder eine sehr interessante Geschichte. Kommen wir gleich zu. Bubenzug also, wie schon verraten, verliert. Wir müssen über die Vollen gehen. Aber auch da gilt es jetzt wieder, sage ich mal, den richtigen Riecher zu haben, die richtige Zugfolge zu treffen. Wir müssen mit einem der Pik-Vollen starten, damit wir da fürs späteres Spiel den Einschub schon rausgenommen haben. Also Pik Ass, Pik 9, Pik 7, das muss der erste Stich sein. Starten wir mit Herz, ist auch dann das Spiel schon auf Mause tot. Jedenfalls bei optimalem Gegenspiel und die Engine in der Skat App, die kann optimal gegenspielen. So, jetzt gehen wir hier über die nächste Farbe, Herz Ass, Herz Lusche. Und der Spieler hier könnte jetzt auch die Kreuz 9 abwerfen. Es läuft auf das gleiche drauf hinaus. Es läuft auf 59 hinaus für die Gegenpartei. Aber genauso läuft auch das Einstechen auf 59 raus. Der Zug ist also gleichwertig und so tut es die Engine in der App. 13 Augen, dann kommt natürlich Kreuz Ass. Wir müssen bedienen. Und jetzt ein Zug aus Hinterhand, bei dem ich dann auch schon von vielen Spielern gehört habe. Da ist ein Bug in der Engine. Ich gewinne das Ding jetzt nur, weil der hier nicht die Dame legt, sondern die 8. Aber tatsächlich, wenn die Engine hier die Dame legen würde, macht sie am Ende ein Auge weniger auf 58. Hat er alles schon ausgerechnet. Also die Engine ist hier schon vier Züge weiter so ungefähr. Und das ist an sich auch noch eins von diesen kleinen interessanten Geschichten. Wenn hier die Kreuz Luschen getauscht sind, Kreuz 9 und Kreuz 8, dann ist das Spiel von Haus aus überhaupt nicht gewinnbar. Denn dann kann der Spieler hier auch die Dame legen. Jetzt muss er die Dame behalten für einen Stich oder für eine Drohung, die jetzt drei Stiche später erst auftritt. So, 13, 24 und jetzt kommt natürlich Karolusche, was für uns in Mittelhand eine ärgerliche Karte ist. Wir können nichts gewinnen. Wenn wir einstechen, kriegen wir 0 Augen Karo und können gar nicht gewinnen. Wir müssen also hier abwerfen. Ob wir jetzt hier Herz 9, Herz Dame oder Pik Dame abschmeißen, ist noch egal. Starten wir mal mit der Herz 9. Hinten nimmt natürlich raus. Was hatte ich gesagt? 24, dann sind es jetzt 35. Und jetzt kommt der gemeine Zwischenzug Karo König und der Spieler hier. Der schont natürlich noch seine 10. So, und jetzt dürfen wir natürlich nicht die Herz Dame abschmeißen, weil uns danach dann Herz König mit dem Buben die 10 abgestochen wird. Sondern jetzt müssen wir zwingend schon die Pik Dame abschmeißen. Auf 42 Augen. Und jetzt muss die Engine den Zwischenzug spielen, Kreuz Dame, Kreuz 9. Das ist hier die stärkste Drohung, denn erneut dürfen wir nicht abschmeißen, weil uns danach die Herz 10 abgestochen wird. Und das ist jetzt hier das Geheimnis mit der Lusche und der Dame. Wenn hier die 9 liegt und da die 8, sprich die Dame schon in dem anderen Stich gelegt worden wäre, dann stünde die Gegenpartei schon auf 45 und könnte hier Kreuz 9, Kreuz 8 hinlegen. Entscheidend ist in dem Stich eben, dass der Spieler in Hinterhand dran bleibt, damit die Drohung mit dem Herz König, Herz 10 Abstich bestehen bleibt. So allerdings hat die Gegenpartei jetzt erst 42 und das heißt natürlich, wir haben es plötzlich auch gar nicht mehr nötig, hier die Herz Dame abzuschmeißen, sondern wir können jetzt dieses Kreuzbild mit verhaften und das ist hier, sag ich mal, diese entscheidende Kontrolle, die wir dadurch haben, dass wir am Anfang den Buben nicht geholt haben. Jetzt können wir den Buben holen und es ist an sich schon erkennbar, wir können hier noch die Pik 10 spielen. Spieler in Mittelhand muss jetzt auch die Karo Dame dazu tun. Und auf die Herz 10 schließlich bekommen wir sogar noch den Pik König, sodass wir damit auf 61 das Spiel zumachen. Hinten raus noch der 17er Stich auf 59 für die Gegenpartei. Und das ist wirklich die einzige Zugfolge, die wir jetzt hier gefunden haben, mit der dieses Spiel gegen diese Pressverteilung auf 61 zu retten ist. Ja, und wie gesagt, nicht mit verdeckten Karten so spielen. Ist eine schöne, ja, ich will nicht mal sagen nur Spielerei, es öffnet einem auch ein bisschen die Augen, was für Auswirkungen hier teilweise die Verteilung von einzelnen Luschen hat. Wie präzise so ein Gegenspiel aufgezogen werden kann, wie die Vollen verwaltet werden können. Also wenn ich hier mit dem falschen Ass starte oder wenn ich nach dem Buben das Herz-Ass direkt ziehe, dann darf der Spieler hier erst noch nicht stechen, um seine Karo 10 später heimzukriegen. Also eine Partie, die wirklich die ganze Bandbreite zeigt, die ganze Tiefe vom Skat, deswegen also auf jeden Fall wertvoll, auch wenn man sie nicht 1 zu 1 mit verdeckten Karten, sage ich mal, so umsetzen kann. Aber es mag ähnliche Situationen geben, in dem einem, sage ich mal, dieser Hintergrund dann schon hilft. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bedanke mich bei allen, die meinen Kanal unterstützen und auch bei allen, die ihn durchs Zuschauen unterstützen, die mich weiterempfehlen. Morgen Abend 21.30 Uhr werde ich wieder Livestream, SenseGuard mitspielen, mitfiebern, was ihr möchtet. Darauf freue ich mich schon und bis dahin, wie immer, gut bleibt. Schab launchiert. Musik Sp sla�, seine Jenner, wenn ihr euch weiß. Je sie war immer wichtig. Schumse. 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 Schumse.